In meinen Träumen bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich... Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog. Ähm, ja. Ich bin sowas von kaputt und müde. Sieht man mir auch an. Dann, Lina hat seit Donnerstag letzte Woche, Donnerstag Nacht, nee, seit Freitag, war das Freitag? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall hat sie seit letzter Woche den Virus EBV, heißt das so? Ja, Schatz. Ach, wir den. Genau, den Epstein-Barr-Virus hat sie. Okay, vielleicht kennen das einige von euch, wenn nicht, einfach mal googeln. Das auf jeden Fall, das nennt sich Pfeifrisches Drüsenfieber. Ja. Ähm, das geht auch wohl nicht vom Körper weg. Das kann man nicht behandeln. Das kommt immer wieder im Leben dann auf. Äh, taucht dann immer wieder auf. Wir waren im Krankenhaus und die Ärzte hat das festgestellt. Ja, ist wie so eine Mandelentzündung, aber halt als Virus. Wir haben, ähm, Parazetamol bekommen und Ibuflamen. Schmerzmittel und das geht dann halt in zwei bis drei bis vier Wochen weg. Bei jedem Kind ist es unterschiedlich. Für Erwachsene ist es, ähm, schlimmer. Und für Kinder halt nicht so schlimm. Hat heute der Kinderarzt gesagt. Morgen müssen wir nochmal, ähm, ins... Also zum Kinderarzt. Der wird dann Blut abnehmen. Heute dachte er, dass das vielleicht, dass das ein Fleisch, der ist, Steptokokon. Aber Lina wurde eigentlich geimpft, deswegen konnte ich mir das auch nicht vorstellen. Ähm, ja, jetzt hat sie halt ein Virus. Und demnach, könnt ihr euch vorstellen, dass wir sehr schlecht geschlafen haben. Lina will nur kuscheln. Also sobald ich Lina nehme und stillen möchte, nimmt auch der Lina. Und, ähm, wenn ich Lina dann zu Ende gestillt habe, kommt Lina sofort wieder zu mir. Sie hat auch gestern Nacht durchgehend Fiebern gehabt. Wirklich durchgehend, 40 Grad. Ich habe ihr dann Ibuflamen gegeben. Zwei, drei Stunden später Terazetamol. Ja. Schrecklich. Also das waren wirklich die schlimmsten Nächte, die wir seit langem hatten. Aber, ja, wir sind... Ich kann echt froh sein, dass Lina stumm schläft. Nachts, ja? Malen. Malen? Ja, da. Ja, wow. Schön siehst du aus. Ja, sie hat auch seit drei Tagen jetzt nichts gegessen. Wir machen jetzt Lasagne. Und Madame hier ist am Schlafen und am Spucken gleichzeitig. Ja. Ja. Papa, nein. Ja, das haben wir in deinem Popo reingetan, ne? Ja, Papa, nein. Sie erzählt, dass wir in ihr Popo die Zäpfchen reingetan und noch was nach Linas Geburtstagsfeier. Gucken, was ich gefunden habe. Ein Chip. Ja, das ist vom Indoor-Spielplatz, ne? Auch der hat nach dem, äh, nach der Geburtstagsfeier von Lina unseren Herd kaputt gemacht. Schaut mal. Ta-da-da-da. Sehr schön, ne? Ja, jetzt, ähm, nur die Herdplatte kostet 250 Euro. Lina, wartest du bitte kurz? Danke. Also nur die Herdplatte kostet 250 Euro, deswegen haben wir uns gedacht, wir holen direkt beides neu. Dann zahlen wir halt 300, 350 Euro, aber dafür haben wir dann halt beides neu. Mal schauen, wie wir das anrichten. Meine Mutter hat jetzt diese Herdplatte, ähm, vorbeigebracht. Äh, ja. Jetzt werde ich auf jeden Fall Lasagne machen, den Ofen kann ich ja noch benutzen. Von daher alles gut. So, ihr Lieben, unsere Brandlust-Box ist da. Lina sitzt jetzt hier, hat Fieber. Wir machen das jetzt... Nein, okay. Ja, wir machen jetzt die Box auf. Willst du aufmachen? Die Box? Ja. Ja, dann mach mal. Jetzt haben wir an der Welt ein Gäste. Dann haben wir einmal Chips von Lorenz. Das? Genau. Mit Paprika-Sauber-Krim und Gläso, kenn ich nicht. Das sieht aber lecker aus. Ist da Alkohol drin? Nein, ich esse. Ich hoffe nicht. Nee, von Lindor. Schokolade mit 70 Bisslatt Kakao. Was ist das? Dice. Thomas Henry, Ginger Ale. Okay, das ist einfach Ginger Ale. Ja. Ich glaube, was ist das? Bacardi. Einmal. Warte, Schatz, warte, da ist noch was. Dann haben wir hier einmal ein Kellerbier. Dann haben wir hier einmal ein Kellerbier. Ein Kellerbier? Kellerbier, ja. Kellerbier? Ja. Warte, geh weg. Das musst du einmal rausholen. Wow. Ah, was ist das? Einmal Detteltomaten. Dettelteltel-Tel-Tel-Tel-Tel. Was ist das? Gala Kaffee. Gala, Gala. Ideal für Kaffee-Vollautomaten. Wir haben jetzt leider keins. Das sind Kekse. Ja. Black and White Kekse. Oh, der Kaffee riecht total stark. Und dann haben wir hier einmal Eukalyptus-Honig-Husten-Bang-Bangs. Willst du eins essen gleich? Nein, aua. Was ist das? Kellogg's. Ohne Zucker. Oh, was ist das denn? Barbecue-Soße. Barbecue-Soße? Ja. Grill- und Buchenholz. Das war's auch. Das packen wir mal direkt weg, bevor hier die Couch versorgt wird. Ihr wisst ja, das ist unsere Abo-Box. Die können wir jeden Monat. Ja, bitte. Die Verpackung sieht geil aus. Ja, die Packung sieht schön aus, ne? Mia schlägt übrigens im Wohnzimmer. Und wir gehen gleich einkaufen. Oh, ja. Bitte. Eine Packung? Ja, das kann man essen. Aber ich glaube, das ist nichts für dich. Ja, das schmeckt nicht so lecker. Ja, und? Das ist nichts für dich, glaube ich. Da, da, da. Öl. Da, Öl. Barschen. Oh, mir ist auch kalt geworden, Linus. Ich hoffe, Mama wird nicht krank. Ja? Mutter. Wir werden die Brutschen hier mitnehmen, ne? So, ihr Lieben, ich habe mich jetzt fertig gemacht. Ähm, wir müssen nämlich ein paar Sachen kaufen gehen. Wir kaufen momentan immer so wirklich ein bisschen. Und da wir sowieso, ähm, momentan keinen Backofen, äh, keine Herdplatte haben. Wo habe ich jetzt die Einkaufsliste gehört haben? Ja. Naja, Backofen ist kaputt. Achso. Genau, ähm, deswegen musste ich jetzt eine Einkaufsliste machen, sodass ich halt nicht, äh, ohne Herd koche. Weil ich kann ja nicht, äh, zwei, drei Herdplatten auf einmal nutzen. Ja. Jetzt musste ich Lea kurz in den Kinderwagen holen und danach wollen wir los. Also, was heißt Kinderwagen-Wachsen-Kolten? Ja, Schatz, ja. Ja, so, so, so mit? Natürlich nimmt Lea den Schnuller mit. Ja. Ja. Lea braucht auch den Schnuller. Und der pink. Ja, das ist pink mit grau. So, also bis gleich. Tschüss. So, wir sind jetzt wieder zu Hause. Ja. Und zeigen wir uns den Einkauf. Ja, gibst du mir alles? Und zwar haben wir gekauft, einmal Magalellas für Wiener. Danke. Viermal Schlafsahne. Dann habe ich einmal einen Quaespudding geholt mit Erdbeer. Aber ich habe nur eins geholt. Ähm, einmal Äpfel. Mozzarella-Baguettes. Unser, also mein Mittenformulat für. Dann Goldsack für unseren Kuchen. Dann ein, äh, Croissant mit Schokolade. Und Donuts für Lina. Dann ein, äh, Cappuccino. Weil ich momentan total müde bin. Danke, Lina und Lino. Einmal Schöreiniger. Äh, einmal Schöreiniger. Dann, wer da noch? Dann einmal Schwammtücher. Was noch? Oh! Für Lina einmal Rösti. Wolltest du das für Lina jetzt machen? Ich sagte, du esst, äh, das, dann wollte ich das und das zusammen für Lina. Also für dich und Lina. So. Und du Mehlermann? Ja, du kannst schon mit deinem Mehlermann anfangen direkt. Ich brauche jetzt mal so ein Bierplatz. Dann zweimal Schokobutterkekse Vollmilch. Die anderen sind schon leer. Dann Birnenabfüllkürze. Schöne, das schmeckt unnormal lecker. Das war jetzt in der Brandmussbox drin. Die hab ich nachgewohnt. Immer nicht. Kuss. Dann die rausgehen? Ja. Waren sie öffnen? Waren sie öffnen? Waren sie öffnen? Waren sie öffnen? wieder gibt es mir die sachen so hups getauscht war tanne ich zeige kurz die sachen dann haben wir bananen gebraucht die waren auch noch frisch deswegen habe ich die schlagsahne habe ich euch schon gezeigt dann zwei mal rahmen champignons heute haben gefragt welche soße auch der letzte hat das war diese soße für die champignons mit gemüse und die dürfen irgendwie nie fehlen dann einmal ein hähnchen das machen wir wenn wir die sachen morgen machen dann lasst du es im kühlschrank das braucht ein baguette einmal das und einmal dann haben wir einmal hackreisch gekauft die benutze ich immer für meinen reis den gibt es auch nur beim türken bei kautern habe ich das nicht gekauft und würstchen für den kumpel dafür brauchen wir aber noch kartoffeln weil wir letztens pommes gemacht haben ich mache mir das jetzt alles ein aber der macht gerade was zu essen auf unserer neuen herdplatte ja meine mutter meinte wir haben nasser deswegen ist die herdplatte zersprungen ja du sollst deinen laden nicht abreißen normal dass das nicht also esst du nicht mit ne nein ok dann mache ich mal so siehst du nicht übrigens geht das nur mit induktionstöpfen und pfannen warum ist das jetzt ausgegangen sag ich jetzt nicht das kaputt scheiße so unser schönes gerät ist gerade ausgegangen jetzt aber wieder an ich dachte mir ist du wirst eh kein baguette essen deswegen kommt nur salat infrage für dich weil der arm hat auch noch gesagt schon voll lust da drauf naja jetzt kann er es doch essen und dia ist auf meinem schoß am nuckeln und jena ist im wohnzimmer und der weihnachtsmann kocht weihnachtsmann neuer namen jawasch jawasch ohala du sprittst überall hin schau mal für eine person wie viel drei zwiebelchen da hat der extra noch mal was denn ich konnte mit einer zwiebel weihraben sein ach so ja das hast du echt gesagt ja gleich schatz da ist was schwarzes ist das ein tier das ist genau auch das genau das geschmack zwiebel paprika hinschirn knoblauch schau genau welch kann noch tabastro drauf so jetzt geht es weiter was hast du jetzt reingetan paprikapulver salz salz der verliert sich wenn der kocht so wie du salz drauf tust wie du das umrührst voll in deinem element tomaten kommen auch noch rein ja natürlich soll ich das so essen oder was ja weil du noch keine tomaten raus geholt hast ja ach so ja ok also diesen diesen tabasco weiß nicht soll ich einen knoblauch reingucken mach was du willst du esst das nicht ich ja deswegen ok lecker ich mach das so ich geh mal zu lina wo ist deine wasserflasche wasserflasche ist das nass geworden ja da sind ja da sind da sind warum ist deine stimme weg das regt mich gerade auf ja du hast gerübscht du kannst dich jetzt hinlegen einmal hinlegen bitte du hast gegessen jetzt bist du satt und du wolltest prinzessin gucken ja moment ich geh jetzt meinen salat machen passt du auf die ja auch oder soll ich die ja in die letzte mal ja heiß hui kalt kalt ja bei kalt ja draußen ist es kalt ne ja bei heiß wenn ich krank werde passt du auf mich auf nein da du jacke zu nein ja man muss die jacke zu machen ne damit man nicht krank wird nein Ja, du hast auch deine Jäcke zugemacht heute, ne? Und du hast einen Schal an und eine Mütze. Ja, Boba hat mit dir gespielt, ne? Das war ein Husten, Lina. Übrigens ist Linas Milz um die zwei Zentimeter größer geworden durch den Virus. Aber die Mandeln sind ein bisschen zurückgegangen und der Belag auch getroffen. So, sieht es jetzt aus nach ein paar Minütschen länger. Und das sind die Tomaten. Mit Schale, ne? Äh, ich esse immer mit Schale. Und dazu kommt aber nochmal diese, ähm, die anderen Tomaten. Du kannst, guck mal, die Bläser sind sogar hier reingegangen. Ne? Die was? Die Bläser. Die Blaschirmen. Siehst du nicht die braunen? Weil ich das, äh, hochgehoben habe. Hier, die Blaschirmen. Hat fünf Sterne. Fünfige Staffel. 31 Euro. Und hier kostet 22 Euro. 23 Weißt du was das Problem ist? Dieses Gutschein gilt ab 50 Euro, das heißt wir müssen noch was für 50 Euro holen, dann müssen wir nur 40 Euro zahlen. Guck mal, schlag deine Hände, sie sind so groß, mal hat es tonisch gesehen, egal wie ich gehalten habe. So ihr Lieben, wir haben heute den ganzen Tag sauber gemacht, geputzt, außer dem Boden gewischt, sonst haben wir nicht alles gemacht. Hörst du bitte auf damit? Hör auf damit. Ja, ess doch Lena, da ist voll viel auf dem Tisch. Ja, Lena liegt in ihrem Bett und wir haben gestern einen neuen Einbauofen gekauft mit Herd, also der Herd hat er zusammen. Vielleicht kommt ein Freund mit seiner Familie zu uns und dann geht der hier jetzt weg. Und dafür kommt ein neuer. Genau. Ja, jetzt warten wir auf die, den Tisch habe ich gedeckt und die Kisten hier haben wir weggeräumt, damit die Kinder nicht alles auseinander nehmen. Die sollen sich jetzt auf die Sachen konzentrieren und damit spülen. Ja. Ja. Uh, ja. Nina hat verschleimten Husten, ne? Und die ist jetzt wach geworden. Na, hier dein Schnoller. Nein, das nicht, ich das. Du bist so schluck, sie sagt. Wadda, wadda, wadda. Wadda, wadda. Ja. Ja. Übrigens hatten wir gestern das erste Mal gebadet. Ja, aber mit uns meine ich. Ja. Sobald sie auf unserem Schoß ist, schläft sie direkt. Willst du sie halten? Ja. Ich lasse los, ja? Nein, bist du Banane? Süß, Lina? Ja. Ja. Aber Lina ist süßer, ne? Ja, oben. Lina süß, Lina süß. Was ist los? Nein. Ist Lina nicht süß? Nein. Kann ich nicht ausmachen? Nervt sie das? Ich kann mich hier auch genau aufmachen. Wadda bist müde. Hier, gib ihr ein bisschen Milch. Nein, mit dem Milch spielen wir noch. So, wieder der nächste Tag. Lina ist hier am liegen. Sie hat gerade ihre Augen aufgemacht. Ja, unser Besuch ist jetzt weg. Äh, was heißt weg? Sorry. Unser Besuch war ja gestern da. Wir haben jetzt auf jeden Fall den Backofen hier. Und die hat gerade auch nur das Problem, die Jungs. Also das hat hier so einen anderen Eingang und das ist uns zu gefährlich gewesen. Weil damit ist ja nichts zu spaßen. Wir schauen jetzt, ob wir einen Elektriker finden, der das für uns macht. Ich habe jetzt einen gefunden, aber der will 50 Euro für eine 5 Minuten Arbeit. Und das ist ein bisschen viel, finde ich persönlich. Weil die Lieferung und die Montage hätte uns 69 gekostet. Da, wo wir das gekauft haben. Dann hätte ich das auch direkt da machen können. Wisst ihr, wie ich meine? Aber das ist voll dem. Die hätten halt erst im Januar geliefert. Das ist das Doofe gewesen. Ja, Audel hat jetzt Lina mitgenommen. Der holt ein paar Getränke und der muss für Lina irgendwas kaufen. Wegen ihrem Hals. Sie hat voll den verschleimten Hals und wir haben heute Nacht so schlecht geschlafen. Wir sind erst um 11 Uhr aufgewacht, alle zusammen. Lina schläft sowieso die ganze Zeit. Aber Lina ist auch wirklich um 10 Uhr, 11 Uhr aufgewacht. Und dann hat es um 11.30 Uhr geklingelt und Wilsa war da meine Hebamme. Und ich war total, also ich war noch hier in Schlafanzug und so. Ja, sie meinte dann aber auch, dass mein Blutdruck total niedrig ist. 80 zu 50 meinte sie. Ja, aber daran kann ich jetzt nichts ändern. Das ist halt so, wenn das Kind dann die ganze Nacht fiebert und verschleimten Husten hat. Verstopfte Nase. Ja. Genau. Ja, jetzt warte ich auf die beiden. Also sie sind jetzt gerade erst losgefahren. Und ich schaue mal, dass ich dieses Video jetzt bearbeite. Dann ist es brandaktuell. Und ja. Ja, ich schaue mal jetzt, dass ich das Video bearbeite. Und wenn es zu kurz ist, dann muss ich da irgendwie irgendwas hinzufügen. Also weiter vloggen. Und wenn es okay ist, dann lade ich das einfach hoch. Ihr seht das dann ja, ne? Also. Ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Ich weiß ja nicht, wann ihr das Video schaut. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.